Musik 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 Oh ne, Angie ist bei uns dabei Also ich muss wirklich sagen, ich dachte Genau Wenn sie ihre ganzen Steuern nehmen und sie irgendwo einer ist entschieben Ist das Geld nicht mehr da So, wer moderiert jetzt bitte schön an Boah, darf ich? Lass mal, ne, warte, warte, warte Okay, lass Deos Wer soll sonst anmoderieren? Deos, du willst jetzt hier eine Moderation machen Einen wunderschönen guten Hallo meine lieben kleinen Freunde hier auf Youtube Und herzlich willkommen zu einer weiteren Runde Montagsmaler Mit dem Team von Metal Let's Play, besteht aus Riva und dem Nitro Küken Beziehungsweise dem Nitro Nero und Zwei Personen, dessen Namen ich gerade vergessen habe Einer heißt Wiederspiel, das hat nämlich Minecraft Und der andere hat einen Katzenskin, das ist alles was mir eingefallen ist dazu Der kann ja selber seinen Namen sagen, wenn er es wichtig findet Hä? Der eine hat einen Katzenskin, der hat einen ganzen Walenskin Das stimmt gar nicht Oh Also richtige Psychopathen sehen Katzen selbst in Wolken Also Ich bitte dich Lass mir ein wenig Zeit Boah immer dieser Alf Kala Siehst du den Tipp da unten? Oh, 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 oh Ehm 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 Bei uns lernen sie Vokale, die sie sonst nur von ihren Eltern im Bett hören Oh, 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 oh Wie schreibt man das? Tobi, das was du geschrieben hast, ist Gast, also der Gast. Ach nein. Zu Gast. Was ist das? Mit H. Oh Mann. Scheiß Minecraft, echt. Also nicht du, sondern das Spiel. Das ist brutal, ey. Da muss ich jetzt, da brauche ich Iron-Blöcke. Iron? Da brauche ich Iron-Blöcke. Und das Tolle ist, ich darf wieder eine Rundung malen. Hä? Mah, immer diese Noobs am Berg, ey. Wenn ich eins mittlerweile kann, dann ist das Rundungen malen. Oh, du stehst wohl auf Rundungen, ne? Nee, danke. Ah! Alter, was ist das denn? Leider Tipp, es ist keine Pelle Viagra. Ja. Ja. Mah, du Baum, du Elend... Mah! Ich hab nicht sechs Spielzeug. Mah, du kannst mal ändern. Nee, das ist das nicht. War eine gute Idee. Hä? Äh... Tötet das? Toilette. Ja, kann das sein. Scheiß. Hä? Dildo. Mah, ich kann's nicht noch eindeutiger machen. Ach, da fehlt noch was. Jetzt ist es natürlich eindeutig. Fa... Oh mein Gott. Holy shit, Mann. Kann ich den Griff drüben oder so? Also, das war doch gut. Was sagt ihr denn? Das war doch eindeutig ein Deckel. Ja, der Toilette hat doch auch einen Deckel. Alles hat einen Deckel. Ne, die muss hat zwei. Ich hab. Lol. Was ist... Das ist einfach. Laja, es ist wirklich. Okay. Ich musste schon bauen, deswegen... Skyper! Ich flam! Ich flam! Weil ich einfach nur scheiße bin! Das ist aber ne schöne Ente. Ja, die Füße esse ich auch immer gern. Ach komm, Alter. Das darf doch nicht wahr sein. Wohin denn? Wohin soll ich kommen? Wohin? Ach, hier! Ich weiß nicht, wie ich das machen soll. Schreib's in den Chat. Kannst du nicht. Wenn du baust, kannst du nicht in den Chat schreiben. Ja, dann schreib's in den Chat. Ach ja, und du... Ne, schreib's in den Chat. Beat. Ist das dein Ernst? Bogen? Ne, ist das auch nicht. Warte, 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 warte... Äh... Wie? Hä? Hä? Was ist das? Hä? Ja, es ist egal, wie es aussieht. Ich schreib mal das! Wichtig ist nur, dass es dann... So in etwa rüberkommt. Wisst ihr? Hä? Wie heißt das? Hä? Ihr seid so kacke. Ja, Hunger Games, Survival Games, was gibt's denn noch, ey? Ender Games? Hab ich aber auch schon ausprobiert. Hä, warte mal, hab ich jetzt das Falsche gemacht? Nö. Hä? Lollte! Ja gut, wer sollte denn auch darauf kommen? Boah, Alter, ich... Boah... Was ist denn das denn, die pinke Schnäpfe? Ja, das hab ich auch vorhin gefragt. Aber das ist... Das scheint wirklich eine Frau zu sein. Oh... Was macht die denn? Keine Ahnung, sie setzt sich... Maxi, wie... Leute, bitte, bitte, guckt mal in Chat. Maxi, wie schreibst du Stift? Stift? Der Stift? Das Schöne ist, wenn sie so eindimensional baut, dann ist das irgendwie... Warte mal. Lippenstift. Äh... Wat? Nein, 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 nein. Ihr seid so scheiße. Oh, Alter, nur... Deus! Wie schreibst du Fackel? Deus! Du bist so mit der Asche! Du bist so mit der... Boah, das war jetzt echt knapp, ey. Du hast gespoilert. Die Fackel. Nicht die Fackel, sondern die Fackel. LOL! Wie soll... Wie soll ich sowas bauen, ey? Ganz ehrlich, ey... Mit den Händen und den Blöcken, ich bitte dich. Okay. Mhm. Ich baue das jetzt eindimensional. Ansonsten wird's schwierig. Ja, bitte in meine Richtung dann, gell? Das hab ich schon zweidimensional gemacht. Häh! 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 Verschalte wir das nur mit einem E... Äh, A! Wir haben jetzt beides ausprobiert Loll 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 Ja du hast wollen durch den Bus Oder? Was ist das? War das gerade eben ein Bus? Ja Da hätte ich ja eher einen Multi-Storage-USB-Bus erkannt Was ist los mit dir? Leute Ich habe keine Entschuldige mich schon mal im Voraus Ich weiß nicht Wie man es baut Ich weiß nicht wie es aussieht Okay Es könnte sich genauso gut um Joints handeln Halt die Schnauze Ich entschuldige mich jetzt schon Im Voraus Ansonsten Das wird so ein neues Zitat Ja das wird so Hashtag Was ist das denn? Das ist Ihr werdet mich hassen Dance-Fläche Ne Ne Das ist auch keine Xbox Hey wie habe ich denn Xbox geschrieben? Expo Nein Ich habe das X vergessen Ich habe Expo geschrieben Upsa scheiße Die ist Nico Ich weiß wirklich nicht wie die aussieht die Konsolen heutzutage Die ist weiß Ich schreibe Expo Theoretisch ist das doch scheißegal Ich habe X drauf gemacht X Marks the Spot Ja zeichne auf den Schreibt er das Wort jetzt wirklich Ja Denk ich mal oder S Ich glaube das wird ein H Type hier auf der falschen Seite Drei Dimitri Drei Dimitri Schall Skyper Aber über Skyper Flamen Was habe ich denn geschrieben? Du hast Schokolade mit CK geschrieben Oh zum Glück habe ich das Ding nicht weiter gemacht Ich wollte gerade fragen welcher Minderbemittelte ist jetzt dran Oh Ah Deus Oh shit Ja mach erstmal wieder kaputt Äh 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 Wie die Behinderten Äh Äh So ja die Villager sich annehmen in Minecraft Ne die machen Äh 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 Ist das ein Bohrer? Weckspielzeug Los Fliegt ihr Spender Was? Äh Ich hab Bart geschrieben aber es war nicht richtig Ich dachte es war ein Weihnachtsbaum oder so Ja ne Glocke ist es auch nicht Hab ich noch Zeit? Ja Hab ich noch ne halbe Minute Zeit? Oh Nippel oder was ist das? Oh aber geil Oh Versuchen wir es mal ein bisschen schreiben Nein Was ist das? Ach Lol Hä Hä Aber war gut ich hätte da noch aber was dazu gemacht Ja mach ich doch gerade du Baum Ich hätte da noch so Faden reingebracht als Button noch dazu weil dann war es Ich dachte erst bei dem Schild Ich dachte ich dachte ich dachte ich dachte ich dachte bei dem Schild an ne Versicherung Das geht nicht an von wegen du Ding also Boah Alter Dios du hast bei Ogo Talk Simulator immer angefangen Ja natürlich Ja ist auch wirklich Und du hattest den Fast hier von einem Crash Demi Fahrer Demi 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 Travallon Remi Demi Hat da wirklich eine Wither geschrieben Ja ich hab gewonnen Oh mein Gott Wer hat gewonnen? Ich hab gewonnen Markus erhackt Oh ja Ey 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 danke 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 ihr ihr braucht nicht applaudieren Danke ich danke allen meinen Fans allen sieben So wer darf die Abmoderation dieses Mal machen? Ja Scheiße du Lass mal Ich würde dem lieben Minecraft hier die Abmoderation mal überlassen Oh Oh snap Oh die Abmoderation ist ja doch scheiße Das klang gerade als wäre das Kondom geplatzt mein lieber Freund Also Was ist das Produkt wenn es Kondom geplatzt? Okay bitte Pascal beende bevor das ausartet Sag einfach tschüss oder so Tag tschüss Tschüss Ich bin voll und ganz zufrieden Okay Auf Wiedersehen War gut Miau Miau